Und herzlich willkommen zur Folge 62 von meinem Direwolf-Projekt. Ja, ja, wir sind jetzt mittlerweile in Hölle angelangt und stehen hier oben drauf und kloppen gerade fröhlich vor uns hin dieses Knochen-Grippe sozusagen ab hier. Aber wo sind sie? Ich hasse diese kleinen Feuerbiester hier, diese kleinen Fledermäuse. Wenn die hier so feurig rumfliegen, die können natürlich einen richtig Schaden zufügen, wenn man da nicht aufpasst und die nicht kriegt. Deswegen nur ganz schnell vorsichtig ein Schwerd rauszücken und die kaputt kloppen. So, wie war doch vorher so ein weißes Etwas, okay. Naja, ist auch nicht schlimm. Was ist das denn? Höhenrinde? Was gibt's denn das für ein Holz? Ne, so ein komisches, das will ich eigentlich nicht. Du kannst wieder zurück. So. Aber das nehm ich doch gerne hier. Dankeschön. So. Was findet sich denn noch alles? Dankeschön. Efeu. Kann das auch kloppen? Danke. Und Level 25. Das ist doch geil. Das ist doch geil. Sind Netawarzen? Habe ich schon Netawarzen? Ich glaube, ja. Ich kann aber mal ein paar mitnehmen. Wenn ich nicht welche habe, dann habe ich sie jetzt auf jeden Fall. Hup. Hallo, ja. Zombie. Pikman. Ich wollte sie eigentlich nicht stören. Und ich hoffe, dass sie mich auch nicht stören. Ascheblock. Ah, da gibt's diese Asche-Dinge raus. Asche-Häufchen. Und dann kriegt man ein Grau oder ein Ascheblock raus. Und dann kann man irgendwie, ich glaube, Holzkohle oder so rausbekommen. Das nehmen wir auch mit. Ist ja auch nicht so schlimm. Wir nehmen jetzt alles hier mit, was wir noch so finden können. Ah, der Kiss. Oh, noch was? Oh, nein. Ich sehe ihn nicht, aber ich höre ihn schon. Das ist doch nicht gut. So, komm schnell. Klopfen wir das auch noch weg. Magere Beute von den Netan-Dinger. Von Neta-Quartz, aber... Naja, was sollen wir denn dadurch anders sagen? Wir brauchen das ja auch definitiv noch mehr. Aber es würde sich äußerst lohnen, mit einer Glücksspitze hatte Hacke dran zu gehen. Und das auf Glück 3. Das wäre auf jeden Fall ideal. Na, willst du Ärger hier? Komm her. Das war auch kein Kinderspiel hier. Oh, das war ein sehr viel Erfahrungspunktchen. Hat schweren die ganzen Punkte wieder bei mir rum hier. Oh, da will ich auch nicht runterfallen. Das wäre, glaube ich, auch tödlich. Ohne Jetpack. Deswegen gehen wir da oben jetzt mal hin und versuchen noch da ein bisschen... was wegzuholen. Da ist auch noch ein bisschen hinter Quarz. Vielleicht schon mal so 2,6 auf hier. Oh, bist du denn hergekommen? Von oben oder? Wir sterben. Ah. Dankeschön. Ah, schon wieder so eine olle Spinne. Komm her. Wer geht denn da drauf? Ach, da vorne. Oh, ein Goldnugget. Dankeschön. Na, komm her. Das war eigentlich auch schon ein Kinderspiel. V-Level-7. Boah. Na, kriegst du Schaden oder was? Jawohl. Ja, der kriegt ja Schaden durch. Ich aber auch. Das war geil. Das war auf jeden Fall gerade geil. So. Dann nehmen wir die Restlinien auch noch mit. Und dann würden wir sagen, ich gehe eigentlich schon wieder direkt nach Hause. Na, ein bisschen nehmen wir hiervon. Damit habe ich da noch Platz im Inventar. Oh, eine Gasträne. Nice. Eine Gasträne ist immer gut. Für was weiß ich gar nicht. Aber komm, gut gebrochen. Nee. Ja. Genau. Die Sterben. Da kann man auf jeden Fall super Fallen mitbauen hier. Wenn man so anfängt drumherum und so eine... Schlacht mit Zombie-Pigments macht und die einfach so da reinlaufen lässt. Ah, wo bist du denn? Ah, du bist irgendwo unter mir. Super. Geh weg. Fehle nix von dir her. Ich will doch nur auch noch vielleicht noch ein Bienenhai finden, was ich hier markieren könnte. Ah, ich glaube, das sieht auch ärmlich aus. Und die sind selten. Also da kann mir keiner sagen, der findet von Anhieb hier ganz schnell so ein Ding. Außer er cheatet sich das. Das ist wirklich definitiv heftig, sowas zu finden. Ach, Mann, haut auch ab. Ja, dann komm her jetzt. Immer frontal nachschlagen. Jetzt komm her. Nein, nein, nein. Ah, ist drauf gegangen. Du auch noch? Dann komm her. Und kämpfe mit mir. Angesichts seiner vielen Augen. Oh, da bekomme ich glaube ich Level 30 gleich wieder. Zack. Und wie ihr seht, das Herz, was ich so dadurch bekommen habe, regeneriert sich auch wieder. Das heißt, es ist dauerhaft da. Ach so, hier war ja das Ghostwood-Holz. Ich bin jetzt noch ein bisschen, bleibe ich hier noch gerade drin, ne? Oh, ja. Kann man noch mitnehmen. Level 30. Das heißt, wieder ein Zauberbuch ist schon wieder gesichert. Ja, die geben viele Erfahrungspunkte, muss man sagen. Das ist schon enorm. Was man da rausbekommen kann. Na, dann klauen wir mal hier weiter. So, passen, dass mich nichts angreift. Aber ich glaube, ihr seid ja friedlich. Wo? Du Missau. Zurück auf zur... Ah, geil! Ich habe doch das noch gepackt. Ist das geile Sache. Geil, O-Matico. Das habe ich so noch hinbekommen. Weil es gibt ja dieses Erfolgserlebnis, dass man halt ein Gast mit seiner eigenen Waffe schlagen muss. Und das habe ich gerade geschafft. Der war auch kurz knapp davor. Und da habe ich wohl im passenden Moment das erwischt. Wir müssen einmal kurz aufladen. Dankeschön. Oh. Ich wollte gerade sagen, was willst du denn jetzt von mir? Diese komischen Schweinchen hier. Aber die machen auch irgendwie nichts. Ich weiß auch nicht, was sie hier zu suchen haben. Friedliche Mobs. Da kriegt man natürlich ein bisschen Leder so weit raus. Aber ich muss sie nicht unbedingt ärgern. Nicht, dass sie jetzt in Massen so angreifen hier. Und ich dann draufgehe. Nein, nein, nein. Das möchte ich nicht. Ja, wir nehmen noch hier auf jeden Fall Pump mit. So, hier ist das Fragmentzeug wieder. Und ich glaube, da ist auch so ein blauer Bärenbusch. Jawoll. Da ist ja das Skyberry-Busch. Nice. Man kann alles mitnehmen, was man gebrauchen kann. So. Auffüllen. Ja, wir überziehen jetzt auf jeden Fall diese Folge einmal kurz. Bin ich eigentlich nicht immer so begeistert von, wenn ich das mache. Aber naja. Kloppen wir noch ein bisschen rum, oder? Naja, komm, wir lassen jetzt noch bis 10 Minuten durchlaufen. Dann mache ich halt so einen Cut. Aber eigentlich wollte ich hier rausgehen. Aber anscheinend bin ich gerade so fasziniert davon, dass ich hier nur weiter kloppen muss. Okay, ich finde jetzt ein paar raus hier. Dankeschön. Da ist noch ein Bärenbusch. Ach, nö. Ach, nö. Das ist unfair. Das ist unfair, habe ich dir gesagt. Komm her. Dankeschön. Komm her. Jawoll. Ja. Ich bin hier gleich noch der Hunter hier von allem möglichen. Ich hunte alles kaputt. So, mal eben das Päck hier tauschen. Ich will noch ein paar von diesen Pilzen mitnehmen. Hallo, der Zombie-Pigman. Zack. Ich werde den auf jeden Fall noch mitnehmen hier. Ich weiß jetzt nicht, ob der sich lohnt. Auf was bohrt er sich denn? Auch auf Neterstein gut. Oh, da hinten ist noch ein grüner Pilz. Nehmen wir gleich auch mit. Ah, fuse. What? Fuse, what? Ich keine Ahnung. Wo? Wo? Ah, so ein... Oh, sieht das gut aus. Ich schaue mich bestimmt noch noch... Ne. Oh, ho. Das ist aber aggressiv, das Zeug. Hier fällt mir doch gerade. So. Ich will doch eigentlich... Oh, da habe ich schon ein Setzing rausbekommen. Geil. Das Holz kann man vielleicht irgendwie... Irgendwas verwenden. So ein... So ein blaues... Ist schon ein bisschen geil, das Holz. Muss man sagen. Vielleicht kommen da noch ein paar Dinger. So. Kann ich mich draufstellen, ja. Dann muss ich einmal Packcreater tauschen hier. Oh, ich habe nicht mehr dafür auf dem Jetpack. Ob ich dich beschwipst hier, oder was? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. 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 Oh mein Gott. Ich habe getrunken. Oh nein, nicht schon wieder. Dankeschön. Ne, ich haue jetzt gleich ab hier. Ich haue jetzt gleich ab. Jetzt habe ich noch nicht mal die Folge beendet. Naja. So, ich haue jetzt ab. Es ist kein Bock mehr hier. Ich wick nämlich noch ein paar Dinger mit. Die Level müssen sich erhöhen noch. Oh, Mensch. Das wollte ich doch nicht. Dass ich wieder husten muss. Hallo. Ich bin hier nicht zum Kuscheln da. Ich will doch nur alles hier abernten. Oh ja, brüll mir doch ins Ohr. Na, komm schon. Oh, noch mehr. Nice. Da unten ist nichts mehr. Da unten ist nur noch. Da unten fallen. Hier ist noch mehr alles mitnehmen, was wir jetzt noch im Weg finden. Da müssen wir unbedingt versuchen, irgendwie auf Glück 3 bekommen. Vielleicht auch nur Glück 2. Das reicht auch, glaube ich, locker. Glück 3 wäre besser, aber kann man nichts dagegen machen. Und dann würde ich vielleicht eine Diamantspielzacke oder vielleicht mal schauen. Ich weiß es noch nicht. Was hinkt denn da? Ach, so eine scheiß Feuerfiltermaus. Du bist tot. Okay, drauf. Oh, den Busch hatte ich glaube ich auch noch nicht. Dusk. Barry Busch. So, ist denn jetzt... Ach nee, das war doch nicht so weit, oder? Das war doch... Doch, das war so weit. Eieieiei. Und noch so eine Fliedermaus. Seid doch Schweine, haut ab. Waaah. Waaah. So. Ich gehe vorhin rein und dann treffen wir uns gleich auf der anderen Seite der Hölle. Bis gleich und tschüssin.